Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ein bisschen früher. Normalerweise sollte man ja Pressekonferenzen vor 10 Uhr nicht ansetzen, nachdem ja alle Damen und Herren aus der breitesten Zunft der Medienwelt meistens tief in die Nacht hineinarbeiten müssen heutzutage. Aber nachdem wir heute gleich im Anschluss jetzt an diese Pressekonferenz ein großes Wassersymposium haben und abhalten, jetzt gleich neben in der alten Universität, in der Aula, haben wir als Vorspann zu dieser Pressekonferenz eingeladen, nämlich deshalb, weil wir Ihnen auch die komprimierten Informationen, die wir heute auch weitergeben wollen und diskutieren wollen, mit der breiten Front aller Wasserversorger in der Steiermark, der Bürgermeistern, den Sicherheitseinrichtungen von der Feuerwehr bis zum Roten Kreuz und so weiter. Und hier haben wir uns gedacht, es ist vernünftig, dass wir Sie nicht plagen, sozusagen bei der gesamten Veranstaltung dabei zu sein, sondern dass Sie jetzt komprimiert von uns auch hören, wo der Weg in dieser kritischen und heute unter Blackout-Wasserversorgung getitelten Sache hingeht. Ich darf auf dem Tisch hier auch herzlich begrüßen den Herrn Dr. Klinger, der uns vom Technologiezentrum aus Karlsruhe heute einen sicher ganz, ganz tollen Vortrag halten wird zu diesem Thema. Wir haben ihn bewusst eingeladen, um hier auch einen internationalen Überblick zu erhalten, wie Europa, aber wie auch die Bundesrepublik im Besonderen mit diesen Szenarien umgeht. Und Hofrat Wiedner, mein Abteilungsvorstand für den gesamten Bereich der Wasserwirtschaft, ist ja Ihnen allen bestens bekannt und darf ihn auch herzlich begrüßen hier am Tisch. Meine Damen und Herren, an sich ist es ja so, dass man eine Pressekonferenz nicht mit einer Frage beginnen soll, sondern eher mit einer Botschaft. Aber wenn ich Sie fragen würde, ob Sie schon einmal in Ihrem Leben zwei Tage zu Hause ohne Wasser verbringen haben müssen, dann würden die Hände wahrscheinlich nicht weit hinauf fliegen, nehme ich an. Ich werde das in der Tiefe nicht abfragen. Aber viele würden sich die Frage natürlich auch stellen oder mir die Frage stellen, was soll überhaupt diese Frage. Wir sind ja in der Wasserversorgung hochsicher aufgestellt. Zeichnet es doch hier keine Horrorszenarien oder versucht es hier irgendwelche technischen Equipments wieder dazu zu bauen, die dann letztlich nur Geld kosten und Endliches mehr. Ich will also hier tatsächlich den Spieß umdrehen und Ihnen einmal kurz auch sagen, was hier in der Wasserversorgung allein in der Steiermark hier abgeht. Und dass wir in der Steiermark hier das Wasserland Nummer eins in Österreich sind und auch in der gesamten Ausformung unserer technischen Anlagen und auch unserer Verteileranlagen und Quellfassungen sicherlich im sensibelsten Bereich in ganz Europa angesiedelt sind, das wissen Sie ohnehin. Wir haben unter der Erde, nehmen Sie sie, 40.000 Kilometer Leitungen verlegt, Versorgungsleitungen und Entsorgungsleitungen. Wir haben etwa 6.000 Quell- und Brunnenstuben und Wasserdepots hier in der Steiermark mit zum Teil sehr, sehr komplizierten Regelwerken, Pumpwerken, Druckminderern und vieles mehr. Und die gesamte Steiermark hat also eine Wasser-in-Anspruchnahme von Industrie, Haushalt und Gewerbe in der Summe von 240 Milliarden Liter pro Jahr. Das muss man sich sozusagen einmal vorstellen. Und wie gesagt, dieser meiste Teil dieser Wasserversorgungssysteme ist heute elektrisch oder elektronisch gesteuert, also hochsensibel vernetzt. Und wir leben im 21. Jahrhundert und haben in diesem Jahrhundert natürlich ganz andere Krisenszenarien kennengelernt, als die im vorigen Jahrhundert der Fall gewesen sind. Und wir müssen sie auch neu bewerten, die Krisen und Katastrophen. Das ist nicht nur ausgegangen von 9-11, sondern wir sehen auch jetzt, dass Hacker sogar in hochsensible und hochgeschützte militärische Netzwerke und Systeme eingreifen, sie lahmlegen. Wir haben unlängst auch, und Sie haben ja das alle auch berichtet, miterlebt, wie große Hotelanlagen gehackt wurden und erpresst wurden. Die Schlösser sind nicht mehr aufgegangen, nicht mehr zugegangen. Die Gäste wussten nicht, wie sie wieder in ihre Zimmer zurückkommen oder ähnliches mehr. Die Datenmengen haben sich in diesen letzten 20 Jahren allein ver-x-facht. Aber nicht nur die Datenmengen, sondern leider auch die Gangster. Wir haben ein hochgesteuertes, internetgesteuertes Netz an Datenabfragen, an Datensteuerung, an verschiedenen elektronischen Warnsystemen. Das heißt, wir sind ständig mit unseren Einrichtungen im Internet, wir sind ständig in der direkten Vernetzung auch mit kriminellen Energien. Und das müssen wir einmal völlig neu bewerten. Und warum sage ich das? Weil sich natürlich all diese kriminellen Energien auch die Frage stellen, wo ist der Mensch am sensibelsten? Wo kann ich sozusagen direkt auf seine Nervenzellen greifen? Und da sage ich Ihnen einmal, in der Lebensmittelversorgung wahrscheinlich kaum. Und da kommen wir vielleicht drüber, wir wissen alle, die Hamsterkäufe waren irgendeine Tragik, haben gesagt, da kämen wir alle. Aber zwei, drei, vier Tage, fünf Tage, vielleicht geht es da drüber. In der Energieversorgung wird es dann insgesamt schon ein bisschen kritischer. Beim Handy ist es überhaupt ganz kritisch, also eine Stunde ohne Handy ist undenkbar. Da ist die Katastrophe ausgebrochen. Aber, weil man nicht weiß, wie die Party läuft, aber ganz sensibel ist es in der Wasserversorgung. Da geht das Fieberthermometer nach oben. Und stellen Sie sich nur einmal vor, ein Landeskrankenhaus Graz oder andere hochsensible Bereiche in der Pflege, in Pflegehäusern, in Seniorenheimen, auch in Gefängnissen im Übrigen, wenn man das schon irgendwie vermischt, hochsensible Kühlanlagen in unseren Industrieanlagen, die täglich sozusagen Hochleistungen erbringen müssen, bis hin zur gesamten Breite der Lebensmittelproduktionsstätten, Großküchen, die heute Pflegeheime, Altersheime, Krankenhäuser, Kasernen versorgen, wenn hier die Wasserversorgung einen Tag, geschweige denn zwei Tage ausfällt. Ich möchte jetzt noch gar nicht reden, wenn jetzt WC-Anlagen nicht funktionieren, da gibt es immer irgendwie eine Notlösung, das ist uns Gott sei Dank mitgegeben, genetisch. Aber sonst, überall bricht unser Stück zusammen. Das heißt, um den Umfang noch einmal an den Punkt zu bringen, wir haben in der Steiermark insgesamt etwa 900 Wasserversorger, öffentliche Wasserversorger, das sind also die Gemeinden, die Wasserverbände und viele kleine und größere Genossenschaften. Und diese 900 Wasserversorger liefern an die Haushalte, an die steirischen Haushalte, 75 Milliarden Liter Wasser pro Jahr. Der Rest auf diese 240 Milliarden, die ich vorhin gesagt habe, das sind Industrieanlagen und so weiter, sind Großverbraucher. Aber ich rede jetzt von diesen 75 Milliarden, die in die Haushalte gehen, die jeder Mensch jeden Tag letztlich braucht. Das ist eine gigantische Leistung, die hier unsere Wasserverbände und Gemeinden übernehmen, in der Verantwortung, in der Versorgung. 140.000 Liter in der Minute, in der Minute 140.000 Liter überall in höchster Qualität. Das ist wirklich ein großes Maß, sozusagen, hier an Dienstleistung, die erbracht wird. Und ich möchte den Teufel nicht an die Wand malen und schon eigentlich zum Punkt kommen. Ich möchte es noch einmal sagen, die Cyberkriminalität nimmt zu, ist im Vormarsch und sie weiß auch, wo die Menschen am sensibelsten sind, wo die Nerven blank liegen, wo wir sehr verwundbar sind. Das ist amtsbekannt. Die Naturkatastrophen nehmen zu, nicht nur in der Zeitfolge werden sie dichter, sondern sie werden auch brutaler. Und auch hier haben wir in den letzten Jahren gesehen, dass hochsensible Netze zusammenbrechen, dass sie auch schwer zerstört werden und dass wir Lösungen auch für diese Fragen brauchen. Und die Frage müssen wir uns schon stellen, sind wir krisenerprobt? Ich sage Ihnen, wir sind es sicher nicht. Ja, als Steirer, auch als Österreicher und auch als Europäer vielleicht noch nicht. Andere, die jeden Tag Krieger leben und jeden Tag Wirbel haben, die sind vielleicht krisen, aber wir sind es sicher nicht. Das heißt, es braucht hier Notfallsysteme. Wir müssen den Katastrophenereignissen einen Schritt voraus sein. Das ist also der ganz zentrale Punkt und meine Aussage. Wir haben Gott sei Dank in der Steiermark schon ein, zwei Pilotprojekte, wo wir das schon versucht haben, sonst würde man heute nicht so groß schon in die Sache hineingehen. Der Wasserverband Grenzlaz und Ost hat für einen großen Teilbereich bereits diese Sicherheitsanrichtungen, die wir uns vorstellen, in Zukunft umgesetzt. Und jetzt geht es natürlich ins Eingemachte für die gesamte steirische Wasserwirtschaft. Das wollen wir hier tun. Wir müssen zuerst einmal die Bevölkerung aufklären. Wir müssen ihr bewusst machen, wohin der Weg geht, welche Problembereiche hier auf uns zukommen, wenn es um die Sicherheit geht. Wir müssen in der zweiten Phase eine sehr, sehr exakte Risikoanalyse vornehmen. Wo sind die sensibelsten Teile, wo weniger? Wir brauchen ein sehr, sehr kluges Sicherheitskonzept. Das werden wir auch seitens der Wasserwirtschaftsabteilung entsprechend unterstützen, damit wir zumindest drei bis fünf Tage irgendwie drüber kommen, in den hochsensiblen Bereichen. Und wir wollen dann einen Umsetzungsplan dieses Konzeptes von etwa fünf bis sieben Jahren ansetzen, weil hier sehr, sehr viele Investitionen tätig sind und natürlich auch das Aufrollen dieser Investitionen nicht von heute auf morgen geht. Abschließend möchte ich sagen, die Sicherheit im 21. Jahrhundert ist neu zu denken. Wir müssen sie neu bewerten, insbesondere die Versorgungssicherheit und ganz besonders eben die Versorgung mit Wasser. Daran hängt unsere gesamte Lebensqualität. Wasserversorgung heißt nun mal, wir treffen mitten ins Nervenzentrum sozusagen des Lebens. Das ist unser zentrales Nervensystem, diese Wasserversorgung in der Steiermark. Und schon allein deshalb, meine Damen und Herren, darf es keine Frage sein, die öffentliche Wasserversorgung in öffentlicher Hand zu lassen. Oder die Wasserversorgung in öffentlicher Hand zu lassen. Das ist also eine ganz entscheidende Aussage, weil man gerade hier im Sicherheitsaspekt sehen kann, wie und was da hier passieren kann. Sicherheit hat mit Wachsamkeit zu tun, aber auch mit Vorsorge. Und mit dieser Vorsorge wollen wir also heute hier unsere Gemeinden überzeugen, mit diesen Angeboten, die wir hier uns vorbereitet haben, dass Sie Schritt für Schritt jetzt auch Ihre eigene Versorgungseinrichtung überdenken, neu aufsetzen und in diese Sicherheitssysteme des Landes Steiermark einbeten. Das wäre einmal so in der komprimiertesten Form mein Zugang gewesen. Und ich darf jetzt vielleicht, Frau Frau Wiedermann, also macht er auch der Klinger vorwärts. Bitte. Herzlichen Dank, Herr Landesrat Seitinger, für die Einladung, hier aus Deutschland als Karlsruhe ein paar Worte sprechen zu dürfen. Herr Landesrat, Sie haben die wichtigsten Punkte schon erwähnt, dass das nicht irreal ist und dass wir nicht nur Cyberattacken haben, Naturkatastrophen. Darf ich Ihnen einen kurzen Beispiel erläutern. Wir mussten einen Wasserversorger in Deutschland begleiten, der aufgrund einer Falschbewertung der visuellen Sicht des Wassers, das wurde als blau wahrgenommen, hat einen rasanten Hype durch die sozialen Medien gemacht. Es war eine Universitätsstadt hier in Graz, circa 60.000 Studenten, die konnten nicht mehr in die Mensa gehen, Operationen wurden verschoben, die ganze Tourismusbranche ist da niedergelegen und es war wirklich ein halber Tag Krisenstimmung in dieser Stadt in Deutschland, von der man eigentlich weiß, sie ist bekannt, man hat dann sein Herz verloren und sie ist auch von der Wasserversorgung sehr gut aufgestellt. Also es zeigt uns, dass wir krisenfest sein müssen, dass wir die Dinge im Vorfeld durchspielen müssen, auch Sachen, wo man sagen würde, noch vor zehn Jahren, das gibt es eigentlich gar nicht, auch Herr Landesrat, Sie haben es angesprochen, das Handy, wenn es nicht mehr klingt, oder was das anrichten kann, letztendlich, das zeigt dieses Beispiel hervorragend. Insofern ist es wichtig, mit den ganzen Akteuren hier zusammenzuspielen und ich finde es auch wichtig, wir in der Wasserbranche hier in Österreich, in Deutschland, wir sind bestrebt, ein System aufrechtzuerhalten und zu garantieren für unsere Kunden, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, es passiert nichts und wir stellen, zumindest in Deutschland fest, dass damit die Wahrnehmung, wenn immer etwas da ist, funktioniert, immer gut ist und auch die Wertschätzung des Wassers auf einmal nicht mehr so vorhanden ist. Wir haben es erwähnt mit der Privatisierungswelle, bei uns ist die Preisdiskussion eine Riesenwelle. Ich denke, auch das müssen wir den Bürgern wieder klar machen, welchen Wert wir im Wasser haben, welchen Wert wir mit dem Wasser unseren Bürgern geben und letztendlich ist Wasser, und das dürfen wir nie vergessen, unser ganzes System ausgelegt auf die Garantie der Volkshygiene. Das wird immer vergessen in Diskussionen, man spricht über Preis, man spricht über die Produktion, aber es ist schon Schluss, haben wir die zentrale Wasserversorgung letztendlich erschaffen, um die Volkshygiene zu garantieren für unsere Bürgerinnen und Bürger. Insofern kann ich nur gratulieren, im Zuge des Weltwassertages eine derartige Veranstaltung aufzusetzen, sich um diese interkommunalen Zusammenhänge, die regionalen Zusammenhänge hier in der Steiermark in Graz zu kümmern und das auch von Landesebene zu betreuen. Danke, Herr Doktor. Und wir bitten um Ihre gute Unterstützung und um Ihr Know-how. So, Herr Dr. Klinger. Der Herr Dr. Klinger hat mir vorher diese Geschichte mit der Meldung, Wasser ist blau, löst Panik aus, hat eine Krisenstimmung schon informiert, weil ich nicht weiß, ob das so durchgekommen ist, dass eigentlich die Meldung, Wasser ist blau, eine Krise auslöst, obwohl wir wissen, dass Wasser eigentlich eh blau ist. Also das war im Prinzip die Frage, wie sensibel Medien oder Social-Media-Berichte sein können. Im Prinzip hat eigentlich eine korrekte Mitteilung eine Krise ausgelöst, glaube ich, war so die Pointe und zeigt die Sensibilität auf diesem Bereich, wenn Meldungen eine Krisen auslösen können. Ich möchte nur vielleicht ganz kurz den einen Punkt aufgreifen, weil unser Zeitpunkt hat es schon erwähnt, das Wasserversorgungssystem, bestehend aus einer Ressource, Brunnenquelle, mit einem umfangreichen Leitungsnetz ist bei uns in der Steiermark flächendeckend fast zur Verfügung. Es ist im Prinzip relativ überschaubar und klingt einfach, aber inzwischen so, dass es alltäglich funktioniert, krisenfest funktioniert, wirtschaftlich optimiert ist, bürgernah funktioniert, ist es eigentlich ein komplexes technisches System und dementsprechend gibt es natürlich auch Möglichkeiten, dass hier Störungen auftreten können. Auf der einen Seite bei der Ressource, wo es darum geht, auch die Qualität zu schützen als wesentlichen Punkt, aber auch die Menge entsprechend zu erhalten, aber vor allem auch im technischen Bereich, das beginnt natürlich bei der Erhaltung der Infrastruktur, Erneuerung, Instandsetzung bis hin zur technischen Erneuerung, aber auch quasi in Betrieb zu achten, dass Störfälle vorweg ausgeschlossen werden können, beziehungsweise dass man Zugriffe von außen verhindern kann. Wir haben nach unserem Wasserversorgungsplan, den wir gemeinsam mit den öffentlichen Wasserversorgern entwickelt haben, eine Umfrage machen lassen, wie sind die öffentlichen Wasserversorgungen bei der Störfallplanung, das heißt nicht der Störfall geplant werden, aber das heißt Störfallplanung, wenn man sich damit auseinandersetzt, aufgestellt sind. Und die Rückmeldung war, dass die Verbände ganz gut organisiert sind, in der Größenordnung von bis zu 60 Prozent sich mit dem Thema beschäftigen, die Gemeinden zu rund 20 Prozent und die Genossenschaften unter 5 Prozent bei diesem Thema angesetzt sind. Und das war für uns auch Alarm, insofern zu sagen, hier müssen Schwerpunkte gesetzt werden, damit wir, wie Herr Lonsen-Zeitinger schon gesagt hat, in den nächsten fünf bis acht Jahren das Ziel erreichen, dass in jeder Gemeinde eigentlich eine Störfallplanung vorliegt. Und wir haben dazu eine Leitlinie entwickelt, wo auf der einen Seite sehr umfassend aufgelistet ist, welche Möglichkeiten gibt es, dass eine Wasserversorgungsanlage gestört werden kann durch unterschiedliche Eingriffe, als Basis seine eigene Anlage zu bewerten und zu sagen, okay, ich bin gut, sehr gut, weniger gut aufgestellt und daraus Maßnahmen abzuleiten. Es geht immer darum, Bewusstsein für dieses Thema zu schaffen. Es geht, wie schon erwähnt, nicht um Panikmache, sondern um Bewusstsein, hier hinzuschauen und bei Schwachpunkten geeignete Maßnahmen zu setzen. Diese Leitlinie haben wir letztes Jahr veröffentlicht und das ist jetzt unser Anstreben, dieses Bewusstsein zu schaffen, sich mit dem Thema zu beschäftigen, weil wir wissen, und das wissen, glaube ich, auch die politischen Verantwortungsleger in der Gemeinden, dass die Wasserversorgung eigentlich eine Schlüsseldienstleistung in jeder Gemeinde ist. Das ist eine Dienstleistung der Tasensvorsorge und das Funktionieren wird erwartet, ist aber auch eigentlich alternativlos. Das heißt, es kann sich eigentlich keiner leisten, wie schon vorher erwähnt, dass tagelang vielleicht die Wasserversorgung ausfällt und das vielleicht aufgrund von Versäumnissen in der Betriebsführung. Das heißt, unser Ziel ist es, gemeinsam mit den öffentlichen Wasserversorgungen diesen Weg zu gehen, Störfallplanungen zu machen, die notwendigen Maßnahmen zu setzen und damit die Versorgungssicherheit auch in diesem Bereich dauerhaft abzusichern. Danke dir, Herr Hofratz. Ich würde Sie jetzt um Fragen bitten. Wie ist diese Leitlinie jetzt noch ein bisschen zu abstrakt? Was steht da jetzt konkret drinnen oder was sind jetzt konkret Maßnahmen, die zu setzen sind, die die Gemeinden zu setzen hätten? Zuallererst, ich habe es vorhin gesagt, brauchen wir eine Risikoanalyse. Das ist der entscheidende Punkt und bevor wir diese Risikoanalyse machen, ist es auch unser Ziel, der Bevölkerung zu sagen, welche Bedeutung, wie Dr. Klinger schon gesagt hat, welche Bedeutung eine Wasserversorgung als Ganzes hat und dass dieses Wasser auch einen hohen Wert hat. Und dass dieses Wasser nicht nur quantitativ und qualitativ zu sichern ist, sondern auch in der Verfügbarkeit, also in dem technischen Equipment. Das müssen wir den Leuten einmal bewusst machen, weil diese Einrichtungen auch Geld kosten. Das brauchen wir gar nicht verschweigen. Sicherheit kostet Geld. Wer das verschweigt, der lügt die Leute an. Das wollen wir nicht. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass wir anschauen müssen, wo sind die hohen Risikobereiche in einer Gemeinde. Da gibt es Spitäler, da gibt es Pflegeheime, da gibt es Produktionsstätten, wie ich sie genannt habe, die im Hochrisikobereich sind. Andere Teile wiederum, wo man sagen kann, gut, ob man da jetzt jeden Regler zweimal elektrisch absichert, ist die andere Sache. Das kann man im zweiten, dritten Schritt machen. Und der Umsetzungsplan, der dann auf dieses Sicherheitskonzept, das wir auch beratend quasi den Gemeinden anbieten, soll ja nicht jede Gemeinde und jeder Wasserversorger das Rad neu erfinden, sondern es gibt hier ja im Zuge auch der Umsetzung viele Erfahrungen und die gibt es ja auch Gott sei Dank international da und dort. Das ist ja auch der Grund, warum wir heute auch Gäste einladen aus anderen Bundesländern, die schon solche Erfahrungen gemacht haben, um mit Geld und Zeit zu sparen. Und in der Umsetzung wird es dann ganz einfach heruntergebrochen sein, All diese Regelelemente, die heute Druck, Druckminderung und der gesamte Steuerungsbereich anbelangt, ist ja über Internet, über andere sozusagen öffentliche Systeme gesteuert. Und da müssen wir uns überlegen, ist es möglich, da und dort Intranet, also interne Netzverbindungen sicherheitstechnisch abzustimmen oder gehen wir dieses kleine Risiko, das wir da und dort haben, ein mit dem Netz, mit dem internationalen Netz sozusagen. Das natürlich nicht ganz sicher ist, das wissen wir alle miteinander. Spätestens jetzt. Wie man alles sagt, gehen wir davon aus, dass es zu einer Störung kommt. Dann kann es ja nicht nur sein, dass irgendwo etwas abgeschaltet ist, sondern dass auch etwas beschädigt ist. Gibt es da in die Richtung auch Vorbereitungen, dass man für die wichtigsten Teile, ob das jetzt Pumpen sind, Filter, Ventile und so weiter, dass man sich hier versucht, so auszurichten, dass man mit einem Ersatzteilpool etwas auskommt, weil ich meine, ich weiß, gewisse Teile sind verbaut mit Wochen Lieferzeit. Und das Zweite ist, bis der Zustand wiederum valide ist, brauche ich ja eine Möglichkeit, dass der Verbrauch angepasst wird an die Möglichkeit. Das heißt, gibt es da Überlegungen, dass man für diesen Zeit, das können Tage sein, dass man hier einfach strukturiert den Verbrauch anpassen kann. Zur ersten Frage, es ist an sich schon so, dass die großen Wasserversorger bei uns für die sensibelsten Bereiche, Reserveteile haben, Pumpwerke wie auch Teile von solchen Systemen. Aber alles, was da hier unter der Erde oder in Schächten oder in Versorgungsanlagen eingebaut ist, kann man nicht zweimal haben, das muss man ganz offen sagen, ein gewisses Restrisiko gibt es immer. Und es gibt auch Wartungsverträge mit Unternehmungen, ich will jetzt da gar keine Firmen nennen, die sich bereit erklären, innerhalb von Kurzzeit, also von Stunden, diese Systeme zu liefern. Das ist ja auch der Sinn und Zweck der Übung, dass man das Risiko nicht alleine trägt, sondern auch in einer guten Partnerschaft quasi das Risiko verteilt. Also das ist schon gegeben. Je kleiner die Wasserversorgungseinrichtung wird, desto größer ist natürlich da und dort ein gewisses Risiko, das wissen wir, weil die monetäre Ausstattung nicht so stark ist. Zur Notfallsplanung, Herr Huber, bitte brauchen Sie ab morgen nur fünf Liter fürs Zähnputzen, fürs Kochen und wenn es geht ganz dürftig nur auf die Toilette, das funktioniert, wie wir alle wissen, nur auf dem theoretischen Feld, nicht aber am praktischen. Das heißt, man kann die Leute natürlich nur bitten, das ist im Land draußen üblich auch, wenn zum Beispiel ein Wasserteil Hygiene versorgt wird oder quasi eine Desinfektion passiert oder Ähnliches oder irgendwas zusammenbricht, Pitschen, holt es euch zurück, weil irgendwann ist es aus und dann ist es für alle aus. Also eine gewisse Solidarität spürt man vielleicht, aber auf die Einzelperson kann man leider natürlich nicht hingreifen oder schwer hingreifen, weil es gibt Millionen von Ausreden, warum es Gott jetzt dringend braucht hat. Aber das haben die Gemeinden schon, also mit sofortiger Wirkung hinaus Pitschen, es ist ein Notstand, alle solidarisch mithelfen, dass wir das Problem in den nächsten zwei, drei Tagen lösen können. Okay, danke. Diese Risikoanalyse, die Sie ansprechen, wie lange soll das dann, also wann, wann schätzen Sie, wie wird man da Wissen haben, quasi wie groß und wie hoch das Risiko war und wie immer ist? Also grundsätzlich haben wir uns vorgenommen, das in den nächsten zwei Jahren intensiv anzugehen. Das klingt jetzt sehr lange, aber es ist nicht sehr lange, weil man muss, wenn man Risiko beurteilt, von der Quellstube bis zum Haushaltsbrunnen alles durchdenken. Und das ist unsere Aufgabe. Das heißt, da haben die Wasserversorger schon eine ordentliche sozusagen Hausübung jetzt zu machen. zuerst, wie ich vorhin gesagt habe, also das Hochsensible, also einen Etappenschritt sozusagen in der Bedeutung und Priorität. Aber das Wesentliche wollen wir in den nächsten zwei Jahren wissen, wo es lang geht, weil die Entscheidungen dann ja auch in Bezug auf Investitionen und auf die Umsetzung auch zu treffen sind und das braucht halt dann eh noch ein Stücker der Zeit. Also so haben wir es uns einmal grob vorgenommen. Und weil Sie die Gemeinden schon angesprochen haben, gibt es da schon Rückmeldungen von den Gemeinden, die sagen, das ist zu teuer, das wollen wir nicht. Also warum quasi wollen Sie die Gemeinden überzeugen? Gibt es da schon ein Statement? Na schauen Sie, es ist ein Altsgesetz, wann verliert man heute eine Wahl als Bürgermeister? Wenn Sie die Wassergebühren erhöhst oder wenn Sie bei der Jogd irgendetwas anstehst. Also dann hast du mit Sicherheit die Wahl verloren. Sonst kannst du fast einen großen Blödsinn nachmachen. Ich war einmal Bürgermeister und ich könnte beides bestätigen. Gott sei Dank war ich nie in der Lage, eine Wahl zu verlieren, weil meine erste Aufgabe als Bürgermeister war damals eine Wasserleitung zu bauen und die habe ich gebaut, deshalb, weil ein Gastwirt von uns ausgelöst in der Gemeinde sich das Leben genommen hat in einem jahrelangen Wasserstreit, der erfolgt ist, war immer zweieinig da. Und ich habe die Situation damals sehr ernst genommen, der Hoflund Wiedner war schon als kleinen Assistent damals mir zur Hilfe, war er Gott, da war ich noch nicht so weit, dass ich da heute hier sitze. Aber als Bürgermeister habe ich gesagt, ich muss das Problem jetzt lösen, sonst habe ich einen Gemeinde gekriegt. Wenn das Wasser zu wenig wird und jeder über den Duien-Zaun drüber schaut, tust du jetzt schon wieder Auto waschen, jetzt haben wir eh schon keinen Druck mehr und schon kein Wasser mehr und so ergibt sich in der Gemeinde der Unfrieden. Das heißt, es ist schon wichtig, dass wir die Leute und die Bürgermeister überzeugen, ihr müsst euch eure Leute überzeugen, also allererst. Das ist der wichtigste Punkt heute einmal, dass wir das, was wir jetzt tun wollen, als eine der wichtigsten Sicherheitseinrichtungen unseres Landes bezeichnen müssen. Ich habe vorhin gesagt, das ist unser Zentralnervensystem der Lebensqualität, die Wasserversorgung, nur wo wir es nicht wahrhaben, weil niemand von uns da, wie er da drinnen sitzt, in Wirklichkeit noch eine große Note auf dem Sektor gehabt hat. Und das müssen wir drüber bringen. Es wird vielleicht ein paar Centkosten pro Kubikmeter, aber wenn man das nicht bereit ist zu tragen im 21. Jahrhundert im Kontext der Bedrohungen, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Das ist auch meine Aufgabe als Politiker, das entsprechend klar zu machen. Als ich das Auto war schon angesprochen, haben wir uns die Bewusstseinsbildung ja auch vor und was ist denn da jetzt geplant, wenn man die Risikoanalyse hat, ist das eine, aber die Bewusstseinsbildung, dass man sparsam mit dem Wasser umzugehen, hat das nicht die Bevölkerung? Was ist da geplant? Also grundsätzlich ist es ja immer ein bisschen schwierig zu kommunizieren in dem wasserreichsten Bundesland sparsam mit dem Wasser umzugehen. Der klassische Steirer sagt, ob das jetzt im Ur direkt runterringt oder über meinen Haushalt ringt, das ist doch völlig wurscht. Es ist nicht völlig wurscht, weil es natürlich kostet, Energie kostet, Umwelt schädlich auch ist, weil ich halt auch Anlagen betreiben muss, Gäranlagen, elektrischen Strombrauch etc. Also das Wassersparen hat schon einen Sinn, das versuchen wir über den Mehrwert, den ein Mensch hat, zu erklären. Also wenn er Wasser spart, er spart er sich ihr Geld. Er spart es zweimal, erstens muss er es kaufen und zweitens muss er es entsorgen. Und wenn er heute also Düsen hat, zum Beispiel bei der Dusche, bei seinen Wasserhahn-Ausgängen und so weiter, die den Wasserverbrauch um Vielfaches minimieren, dann ist es für ihn ein Vorteil. Wir prüfen zum Beispiel derzeit gerade ein Wasserleitungssystem für große Geschossbauten, die ein Minimum an Wasser, das sind so dicke Wasserrädeln wie mein Kugelschreiber, die aber den gleichen Druck und die gleiche Ergieblichkeit sozusagen letztlich auch haben, neue Systeme, die auch olden Hygienevorschriften sozusagen entsprechen und probieren das gerade in zwei Wohnblöcken in Graz, wie schaut das am Ende des Tages aus. Und wenn man solche Erfahrungen hat, kann man aus einem Erfahrungsschutz und nicht aus einer Theorie heraus sozusagen die Leute überzeugen. Das ist mein Zugang und da tun wir sehr viel. Wassersporn heißt einfach auch in unserem reichen Land das macht Sinn. Das spart ihr Geld, spart uns für die Umwelt viele Sorgen, aber letztlich wissen wir alle, wir brauchen 140 Liter am Tag pro Person, wenig ist das nicht und das meiste läuft halt dort ab, wo ich den Jopf drauf trage. Also für Essen, Trinken und für die kleine Pflege brauchen wir gar nicht so viel, aber das WC ist natürlich der größte Räuber und daher versuchen wir da und dort auch Lösungen zu finden, die sind nicht ganz einfach Nutzwasserleitungen und Trinkwasserleitungen zu trennen. Wir haben auch da schon mehrere Versuche gemacht, ist eine harte Frage der Hygiene, wo vermischt sie es, was passiert. Also der Hausverstand ist auch da hier wichtig, sage ich abschließend. Wäre die Bewusstseinsbildung und das Wasserspannen leichter und das Wasser vielleicht teurer ist? Schauen Sie, bei uns kostet im Schnitt 1000 Liter Wasser 1,40 Euro glaube ich. 60 Euro, inklusive Mehrwertsteuer. 1,60 Euro. Bei mir zu Hause kostet es noch 65 Cent 1000 Liter Wasser. Ich war jetzt vor kurzem in Tokio, da ist eine Wasserflasche gestanden in meinem Hotel der hat umgerechnet 5 Euro gekostet. Ich war aber sehr dankbar und habe das sofort gezahlt, weil ich einen echten Tusch hatte, nachdem ich angereist bin, das brauche ich jetzt. Habe ich nicht nachgefragt. Also hochrechnen dürfen wir sowas nicht tun. Also ich glaube, das Wasser hat bei uns einen sehr, sehr günstigen Preis. Einen sehr, sehr günstigen Preis. Legt man die Qualität zugrunde, legt man die tägliche, hundertprozentige Verfügbarkeit zugrunde und die Dienstleistung, die dahinter gebracht wird. Also das ist aus meiner Sicht eine Meisterleistung der Wasserverbände mit einem solchen Preis, eine solche Lebensdienstleistung sozusagen zu erbringen. Ich kann das anders gar nicht austauschen. In anderen Landen kostet das ein Mehrfaches. Aber kann es in diesem Bereich bleiben, wenn man eine aufsetzende Sicherheit hat? Kann es nicht bleiben. Eine Absicherung aller dieser sensiblen Punktenteile, wie man sie da hier unter anderem auch haben, den direkten Zugang, eine neue gedachte Intranet Vernetzung, um die Datenabfragen und die Datenwartungen sozusagen vornehmen zu können, kostet Geld. Und ich kann, das ist meine Vorgabe an die Gemeinden, das gilt im Übrigen auch für die Müllwirtschaft und für den Kanal, es muss sich mit einer schwarzen Null rechnen. Und zwar auch die Refinanzierungskosten sind hier hineinzunehmen. Da kann nicht der Bürgermeister sagen, jetzt ist meine Wasserleitung hin, ich habe nichts zurückgelegt, Herr Landesrat, ich brauche Geld. Das ist eine Daseinsvorsorge, die das Volk zahlen muss. Wird nicht überall alles möglich sein, aber im Grunde genommen muss sich die Rechnung darstellen lassen. Und auch solche Sicherheitseinrichtungen kosten Geld. Wir werden dann sehen, wie viel das ist, ob das 10 Cent sind, die mehr sind, aber noch einmal, wenn das pro 1000 Liter eine Frage sein darf, ob das um 10 Cent mehr kostet oder nicht, dann muss man die Welt wirklich vielleicht noch einmal erklären. Gut, wenn das erschöpfend war, bedanke ich mich sehr, sehr herzlich wiederkommen. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst ein Like oder abonniert unseren Kanal. Danke.